Mit dem heutigen Tag beginnt für zweieinhalbtausend Schüler in dieser Stadt Augsburg ein neuer Lebensabschnitt. Ein neuer Lebensabschnitt aber auch für die Familien. Sie begeben sich auf einen neuen Weg mit neuen Erfahrungen, mit neuen Erlebnissen. Alle sind gespannt darauf und ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start, einen guten Verlauf des ersten und der weiteren Schuljahre. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Eltern und Lehrer diesen Weg gemeinsam positiv begleiten und somit zum Erfolg werden lassen.